Hallo Kinder, guten Abend heute. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Abend hier und ich willkommen euch zu unserer Rugby-Trainings-Einheit. Wir fangen jetzt gerade an in zwei Minuten. Ich muss kurz umbauen. Ihr braucht heute eure Bälle bitte. Und das war's. Bälle heute und gute Laune bitte. Und das war's. Wir sind jetzt, wir gehen nach hinten. Wollen ein bisschen Platz nehmen. Ich hoffe, ihr habt alle letzte Woche genießt oder genossen. Ja, und heute gehen wir wieder. Wir fangen wieder an mit unseren Ball-Skills. Okay, das heißt, wir würden wieder anfangen. Ein bisschen mit dem Ball passen zu allen beiden. In einer Hand, in unserer rechten Hand von unten wieder hoch und runter. Hoch und runter, super. Super. Wir würden ein bisschen Höheintensität einbringen heute. Ein bisschen laufen, ein bisschen Rugby laufen. Aber konzentriert euch, rollt die Finger über den Ball. Gut. Rollt mit den Fingern über den Ball. Super. Rollen. Wunderbar. Wunderbar. Mit einer Hand. Mit der rechten Hand oder der linken. Für mir ist egal. Gut. Super. Immer noch. Und wechseln. Linke Seite jetzt. Gut. Oder rechte Seite. Nur die andere Seite bitte für mir. Rollt die Finger von unten. Du haltest den Ball hier unten. Und wir rollen. Gut. Gut. Super. Hoch und runter. Wunderbar. Exzellent. Hoch und runter. Noch acht. Gut. Zwei. Bisschen höher jetzt. Ist hier Platz alle. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Jetzt mit eurer Bälle vor. Wir passen machen. Wir gehen um unser Rücken. So. Wir gehen. Urrichtung. Zuerst. Rechte Hand unten. Um den Rücken und rüber. So. So. Greift den Ball. Schön. Zwei Hände am Hinten. Zwei Hände nach vorne. Gut. Noch ein paar Wiederholungen. Noch acht. Sieben. Sechs. Wunderbar, Kinder. Weiter so. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Andere Richtung. Gut. Eins. Gut. Jetzt gehen wir in die Gegenuhrrichtung. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Jetzt gehen wir wieder zum Passen, aber mit zwei Händen. Das heißt, wir würden die rechte Hand unten haben, die linke Hand oben. Und wir würden Spin-Pässe oben machen. Nur hoch und runter. Eine super Übung, was ihr zu Hause machen könnt. Hoch und runter. Gut. Gut. Vier. Wir gehen zu 20. Sechs. Zählen mit mir alle. Sieben. Acht. Gutes Spin. Neun. Zehn. Eins. Zwei. Nicht zu hoch. Bitte nicht den Dach berühren. Sieben. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Wechsel für mehr. Eins. Zwei. Uff, zu hoch. Drei. Vier. Linke Hand am unten. Gut. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Gut. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Vierzehn. Zehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Und jetzt. Wir stehen mit unserem linken Bein nach vorne. Wir bringen den Ball von der rechten Hand unter, inzwischen die Beine. So, so. Und dann wieder hoch. Dann andere Richtung. Rum. Wir gehen jetzt gegen Uhrrichtung. Um die erste Beine. Ein Hand. Ein Hand. Super. Noch mal den Ball benutzen. Yes. Ich wollte das hören. Super. Noch zehn. Neun. Acht. Bisschen schneller. Sieben. Sechs. Wer macht das schnellstens? Vier. Drei. Zwei. Eins. Gut. Jetzt wechseln wir die Beine. Wechseln wir die Beine. Uhrrichtung. So, von Außenseite. Zuerst. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Schneller. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So schnell wie möglich. Zehn. Zwei. Drei. Weg halt schneller wie ich. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Zehn. Jetzt machen wir ein kleines Spiel. Okay? Wir stehen gerade. Halt. Unsere linke Hand ist in dem Ball nach vorne. Unsere rechte Hand hält den Ball nach hinten. Und was du machen musst, den Ball hochhalten und da wieder fangen. Meine Hände auch durch die andere Seite. Das heißt, so, so. So, so. So, so. Gut. So, so. So, so. Und jetzt machen wir auf Einzeig. Super. Hochwirken. Handeln. Gut. Lass den Ball nicht am Boden pandeln. Oh. Nein. Wir probieren noch fünf mehr. Noch fünf. Alle bereit. Beine bereit. Noch fünf. Zusammen. Rechte Hand nach vorne. Linke Hand nach hinten. Hier wird zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wuhu. Super gemacht. Jetzt. Üben wir unsere Passenform. Bleibt wieder gerade. Ein Hand neben den Körper hier. Wir gehen auf die rechte Hüfte. Rechte Hand ist hinter dem Ball. Linke Hand ist vor. Und wir passen durch. Eins. Zwei. Was ist wichtig? Drei. Pointen. Vier. Wo wollen wir den Ball gehen? Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Gut. Andere Seite. Hier gehen wir. Linke Hand jetzt ist nach hinten. Rechte Hand ist nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Gut. Jackson schläft jetzt alle. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Durchgehen. Zehn. Super. Jetzt gehen wir seitlich. Linke Fuß. Linke Hüfte zu dem Schirm. Ball auf der rechten Hüfte. Durchdrücken. Eins. Zeigen mit die Hände. Zwei. Drei. Zeigen. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Gut. Neun. Super. Zehn. Wunderbar. Wechsel die Seite ins linke Bein. Und der linke Hüfte. Mein rechter ist nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Drehe den Hüft nach hinten. Sechs. Sieben. Point. Acht. Neun. Zehn. Super. Wechsel die Seite. Jetzt ist meine Außenbein und meine Innenbein hier. Mein rechter ist das nach vorne. Von der Hüfte drücke ich. Eins. Wieder gerade. Zwei. Wieder gerade. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wechsel. Bitte. Linke Bein. Jetzt ist noch. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Drehen. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Super. Jetzt gehen wir zu der Boden. Ganz wichtig in Rugby. Wenn wir getackt sind, wollten wir unsere Ball behalten. Aber wie machen wir das? Wir wollen jetzt eine super Position halten. Es ist halt eine Klappmesserposition. Wir wollten hier gerade legen. Die Ball. Und dann von der Positionen her. Hoch. So. Eins. Wird getackt. Und hoch. So. Zwei. Halt den Ball. Beide Hände hoch. Wieder. Drei. Gut. Oh. Das war gut. Hier wieder gerade. Fünf. Zwei. Wieder gerade. Sechs. Super. Sieben. So schnell wie möglich. Mach den Kanal eng. Acht. Noch zwei. Neun. Gut. Und zehn. Super. Andere Richtung jetzt. Ihr wart in die andere Richtung getackt. Gut. Halten gerade. Gerade. Und zusammen. Klappmesser. Eins. Gerade. Und zusammen. Klappmesser. Zwei. Gerade. Und zusammen. Klappmesser. Drei. Gut. Gerade. Ausgestreckt. Und zusammen. Vier. Noch sechs. Gut. Und fünf. Klappmesser. So eng wie möglich. Alle arbeiten zusammen. Sechs. Gut. Sieben. Perfekt. Acht. Noch zwei. Neun. Und zehn. Gut. Super gemacht. Wir bleiben da unten. Wir würden hier ein bisschen Bein benutzen. und so. Ich gehe ein bisschen nach hinten. Und wir würden die Beine hochhalten. Und wie Basketball spielen. Gut. Eins. Zwei. Jetzt sehen wir 20. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zwanzig. Pause. Jetzt bringen wir den Ball hinter unser Rücken. Dann unter die Beine. So. Das geht so. Hinten. Und rum. Hinten. Und rum. Hinten. Und rum. Hinten. Und rum. Noch drei. Hinten. Gut. Und rum. Noch zwei. Hinten. Und rum. Fünf. Letzte. Hinten. Und rum. Sechs. Super. Bisschen Pause. Gut gemacht. Jetzt machen wir nur unter die Beine. Wir halten so. Hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wer macht die andere Richtung jetzt? Zehn Fügel. Links Hand. Rechte Hand. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Super gemacht. So. Wir sind jetzt in den Positionen von einer Gedränge. Ich weiß, das ist ganz neu für alle. Aber wir brauchen so. Du musst auch die Hände und die Knie sein, bitte. Was wichtig ist, wir halten eine ganz schön gerade Rücken. Und meine Fingerschirrisse bleibt nach vorne. Ich kann kein Gedränge so machen. Aber ich kann nur hier. Gerade. So. Wir werden zusammenarbeiten und halten. Für 15 Sekunden. Wer denkt, ihr könnt das machen? Alle bereit? Drei. Zwei. Eins. Los. Knie ein bisschen von der Hände. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Pause. In den Gedränge musst du richtig hart arbeiten. Alle zusammen. Wieder. Noch drei Sätze nur. Gute Sätze. 15 Sekunden. Sind wir bereit? Drei. Zwei. Eins. Hoch. Gut. Zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super. Gut. Letzte zwei Sätze. Alle bereit? Zweiter, letzter Satz. Drei. Eins. Und hoch. Knie unter die Hüfte. Schön gerade rücken. Nicht so, bitte. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Pause. Gut. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. Halten. Gut. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Kinder. Super. Gemacht. Jetzt kommen wir ein bisschen höher. Wir bleiben hier. Ein bisschen höher Intensität. Machen wir ein paar Sprünge. So. Der Ball ist in der Mitte. Wir würden jetzt hüpfen. Einen Fuß. Und drüber. Eins. Sind wir alle bereit? Hüpfen. Zwei. Hüpfen. Drei. Hüpfen. Vier. Hüpfen. Fünf. Hüpfen. Sechs. Hüpfen. Sieben. Hüpfen. Acht. Hüpfen. Neun. Hüpfen. Zehn. Hüpfen. Elf. Hüpfen. Zwölf. Hüpfen. Dreizehn. Hüpfen. Vierzehn. Noch sechs. Fünfzehn. Sechzehn. Ganz über den Ball. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Kinder. Jetzt machen wir Schluss mit einer Laufenserie. So. Wir haben Kommandos. Wir laufen immer mit dem Ball in zwei Hände. Als ich eins sage, Ball über den Kopf. Als ich zweiter sage, Ball in der rechten Hand. Als ich drei sage, Ball in der linken Hand. Und als ich vier sage, auf den Ball halten, hin, zurück und wieder hoch stehen. Okay. So. Sind wir alle bereit? Eins. Normales Laufen. Bleibt da. Drei. Linke Hand. Knie schön hoch alle. Gut. Zwei. Gut. Eins. Hoch. Hände hoch. Vier. Gut. Weiter so. Weiter so. Halt hier in der Mitte. Eins. Gut. Zwei. Entschuldigung. Zwei ist hier. Eins. Hier. Hoch. Drei. Links. Vier. Yes. Bisschen mehr Tempo. Knie höher. Knie höher. Eins. Drei. Linke Hand. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Vier. Sind gleich da. Letzten Stück. Eins. Halt hoch. Gut. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Vier. Gut. Laufen. Tempo. Tempo. Gut. Super. Vier. Gut. Gleich da. 1 halten oben gleich da gut 5 4 3 2 1 kinder super gemacht paar neue skills gelernt heute was wir am boden macht in raya genießt eure wochenende und wir würden uns alle machen draußen und spiel mit eurer bieber freut mich alle dankeschön